recht herzlich willkommen zur neunten folge von stellar ist ja wir sind in diesem system und da wird jetzt ein bisserl was entdeckt da ist schon was entdeckt oder zwei sachen sogar das mond oder was ja tatsächlich rein keine möglichkeiten und dort auch keine aber jeweils zwei mineralien die man da ernten kann wir schon fertig mit dem was wir eben aufgegeben hatten wo man sieht so aus oder oder doch nicht nee doch nicht der ist noch am schweißen ok dann gehen wir mal zum forschungsschiff noch mal zurück und der hat einiges hier zu tun im system so der hat dieses angeguckt auf einer welt nicht gewohnbar war da schon auch der wird das schon okay das müssen wir doch hier sind obwohl ne falsche farbe da ist irgendwas anderes aber nicht das was wir brauchen kabel obwohl bewohnbarkeit so aus dass etwas gehen könnte ne ne ist aber nicht so gehts hier was macht er damit auch was macht er damit auch kälbe zwerge ich dachte es gibt nur weiße zwerge schweige spiel und wieder zuerst hin ja zum mount hier construction complete so ich habe vergessen diesen tollen roboter auszumachen fällt mir gerade auf hoffrauben abgeschlossen gut ok so ist das konstruktion schiff nee da muss ich noch mal ins menü das geht ja gar nicht ne der ist ja total doof ne so und den berater weg fortfahren das kannst du nicht am kopf haben auf Dauer so gibts hier den weg dahin ne muss man über die karte wohl gehen und dahin jetzt habe ich das aber nicht ausgewählt ne ja so gehts aber wegbau station bauen wenn das körper nicht drin wird liegt außerhalb unseres grenzen und so siehts aus fliegt trotzdem mal hier er ist noch kräftig am forschen aber den mond hat er schon aber das bringt nix oder aber genau so ist es nur das hier ist denn wenn es ohne karge welt geht wahrscheinlich dann auch nicht ja das konstruktionsschiff das ist kolonieschiff das ist auch schon angekommen ok gut das kann weg das haben wir erledigt gucken wir mal was er da so rausholt ne karge welt gaswiese 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 das ist alles gaswiese hier ist nix für uns zu wohnen das ist die karge welt irgendwie klappt das nicht mit dem kolonisieren ne das spiel ist in pause deswegen gehts auch nicht alles klar ich wundere mich schon warum dauert das so lange da gab es auch nix zu holen kolonieschiff ist hier hm das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof ne geschmolzener welt karge welt karge welt karge welt da ist auch eine karge welt wir müssen doch irgendwo das ist nix korne welt karge welt karge welt das ist ein astroid irgendwo müssen wir doch was bauen können oder war geschmolzener 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 karge gaswiese karge welt karge welt karge welt und karge ach wir brauchen 40 prozent das war unser problem tut nicht gut sind wir hier verteidigungs plattform auch schön karge karge jetzt angekommen das kann aber nichts konstruieren weil das nicht in dem bereich ist dass wir hier realität kennen wir schon das forschungsschiff haben wir noch zwei stellen zu machen und das geht alles nicht das ist jetzt nicht entscheidend ja gas riese karte weiter suchen irgendwo muss es doch mal was geben was wir ziedeln können nee auch nicht gefrorene Welt, Kargerwelt, geschmolzene Welt, Kargerwelt, Wüstenwelt. Oh, da können wir eine Bergbruchstationen bauen, dann machen wir das doch mal, ne? Konstruktionsschiff. Und dann kannst du da ja auch das machen, ne? Okay. Ja, hier ist, haben wir, Demis Prime. Tropische Welt. Kargerwelt. Gaswiese, geschmolzene Welt. Hier ist alles nichts zum Besiedeln. Was steht da oben? System erkundet, okay. Dann, das ist das Kolonieschiff. Und er ist da oben. Dann, das ist unser Bereich. Ja. Gut, dann würde ich sagen, System erkunden. Sollen die da hinfliegen? Und das Kolonieschiff können wir da rausziehen, ne? Kolonieschiff weg. Abbrechen. Komm, dann... Das weg. Klappt irgendwie nicht, ne? Geh, ich gehe zu. Das ist das Kolonieschiff. Ich würde mal sagen, das schicken wir nach da. Das System hier ist auch noch nicht erkundet, ne? Was ist da? Das ist erkunden, okay. Dann lass uns doch eigentlich erst... Wo sind das jetzt? Gut, dann sollen die erst dieses System erkunden. Das liegt nämlich auf dem Weg. Geschmolzene Welt, geschmolzene Welt, Astroiden, giftige Welt, karge Welt. So, da noch ein Astroid und da ist noch eine karge Welt. Ne, das ist hier auch nichts. Können die aber erstmal machen. Irgendwie... Informationsstufe niedrig. Alles. Gut. Dann müssen wir gucken, dass wir als nächstes dann das machen. Was ist das für eine Nachricht? Okay, der hat eine neue Stufe erreicht. Kommandant, Wissenschaftler, das ist cool. Weil da waren ja irgendwelche Wissenschaftsstufen für 5, ne? Wo man 5 brauchte. Wo war das? Ja, erforschen, ne? Aber... Da kommen wir so nicht dran. Hitzl 5. Okay. Oh, Karte verfolgen, ne? Gehe zu. Hitzl 5. Was ist das? Okay, Bergbaustation fertig. Dann können wir das da auch noch machen. Soll nicht schaden. Karge Welt. Vorne Welt. Das war Wüstenwelt. 20% hat die, ne? Nix hat die. Gut, äh... Also... Bier drin. Ist das denn gewesen? Jetzt da ist das gewesen. Okay. Dann müssen wir das Forschungsschiff da mal hinschicken, ne? Gehe zu. Okay, wir sind noch kräftig am Forschen in dem System. Haben wir schon irgendwas entdeckt? Da, ja. Oh. Schick da, also ist falsch gemacht, ne? Oh, erkunden. Ne, erforschen. Okay. Wo macht die das jetzt? Nicht wirklich, ne? Was ist das? Okay, ist das wichtig? Ich glaube nicht, ne? Macht die jetzt hier ne Forschung, oder nicht? Flappenhalter, Forschung unterstützen. Okay. So eine Anomalie forschen, ne? Das wollen wir ja nicht, ne? Hm. Verlegen, ne? Wie kann ich denn hier ne Forschung direkt anstoßen? Das ist für mich jetzt gerade unerklärlich, ne? Verwalen. Okay. Abgeschlossen. Oh, herrschen, aber naht. Na, toll. Wenn ich wieder warte verspringen, hat der Herrscher von Sache Sinn ein. Ah, okay. So, das ist das Konstruktionsschiff. Da haben wir, da haben wir. Sonst ist hier im System nichts zu konstruieren. Äh, auspusten bauen? Ne, Forschungsstation bauen. Was braucht man denn hier oben noch? Irgendwie sowas hier, ne? Das ist bei einer Aufgabe. 10 Monarchie-Credits-Einnahmen. Sind hier aber auch nichts zu holen. Aber lass mal hier die Forschungsstation als erstes bauen. Ah, jetzt haben wir das Forschungsschiff nicht... Ja, das Konstruktionsschiff nicht ausgewählt, deswegen... Okay, das machen wir erst mal. Wie halten die sich hier? Die wachsen und gedeihen, ne? Wir haben vier Strom. Da geht einer, da geht einer. Das läuft da. Was war das? Er ist also gewählt, okay. Forschungsschiff. System erkunden, ne, Quack, da. System erkunden, das war's. Das ist jetzt die Aufgabe wieder, ja, zum Glück. So, jetzt mal grad einmal das auswählen und gucken. Kann man hier nicht bauen, weil es nicht in so einem Bereich ist. Super. Okay, aber wir sind auf dem besten Weg, weiter voran zu kommen. Wenn das System verforscht ist und dieses Nachbarsystem, dann werden wir diese Anomalie nochmal angehen und dann weiter gucken, ne? Die sind noch alle drei beschäftigt, das ist gut so. Was haben wir hier? Also, da können wir auswählen, ist klar. Und hier noch eine Übersicht. Die sind wir... Ja, schön, schön, überwältigend. Haben wir es soweit, oder? Das ist unsere Welt, genau. Was ich jetzt noch gerade am überlegen bin... Wo? Worüber wählen wir denn unser Kolonieschiff aus? Das ist die nächste Feuer, ne? Und das ist in diesem Bereich, ne? Genau, da ist es. Dann lass das mal hier entfliegen. Was haben wir denn hier für eine Flotte drinnen? Ja, da ist ein Konstruktionsschiff, okay. Was macht das Konstruktionsschiff hier? Achso, hatten wir für die Forschung hier, alles klar. Ja gut, dann würde ich sagen, soll es erst für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann, tschüss!